Let's play a Crap MMORPG With Sohaken and Benji Sohaken Los Tank Boah ja der macht den Job Oh Solo man Solo Loll Die gehen in die Wand da Vor die Grafikfehler Ey da ist ein Schatz Ja da kommt man ja auch voll gut ran Das ist ein Scheiß Soll man denn da dran kommen Fuck alter Ey Ja da oben ist schon wieder so ein Salamander Krabbelt die Wand hoch Ja hier warte mal hier sind diese Fässer Und Salamander Ich töte ihn mal ja? Ja mach Bäm Bäm Ey der macht nur 20 Schaden Alter Du hast auch 4 von 6 gell? Äh ja 2 Boah die ist Steuerung Ja die ist grauenhaft gell Schlimmer wie N64 Hallo Aufheben du Behinderte Schaffst das? Klar Nicht dass du stirbst hier Ich hab ja schon mit Level 4 fast 1000 Leben Was? Hoffe Ja kommt doch So Das hab ich Ne Ich brauch noch Salamander Jetzt hast du noch einer Was? Das sind die Zombies Na ja Scheiß auf Zombies hier Warte mal Ja hier zeig alle Jetzt haben wir die Quest Ich hab ja gleich wieder Level ab Huuu Ist das Spiel spannend Ich bin ne arme Sau Ja weil das Game zogs alter Wir machen das ja nur weil wir uns quälen lassen Ja Ich hab hier manchmal Grafik Bugs von dem scheiß Game hier Ja ich auch Da blitzt irgendwas oft Ja Wahrscheinlich noch Silvester Party Ja im Berg alter und wir sind nicht dabei Oh Oh Gleich zwei Quests abgeben ey Das sind doch 3 Level Ups man Oh Der hat gleich noch eine Oh Was geht mit ihm ey Meiner verbeugt sich immer so schwul Ja meiner auch Geht in Richtung grünes Tal Ach da kommen wir ja bloß näher Schon wieder Schiffs Franks Nein Ja aber aber wir müssen ins grüne Tal Ignis hat das Schaden Was eingenommen Ja ist ja Wahnsinn Was kriegt da durch? Ey du musst immer 5 drücken Damit du aus dem Kampf gehst F5 F5 Nein 5 Die Zahl 5 Dann gehst du aus dem Kampf dann läuft der normal Ah Besorg ein Käfer Käfer Edelstein von Winzer grüner Käfer Ja Okay Ich mach ihn kaputt ja Bam Boah Du hast abgespottet Ne du hast jetzt wieder abgespottet Da stirb Haben wir Super Das war's oder wie Gib Käfer Edelstein an Geist wieder Äh Alias Geist Ja Super Wo ist der? Ja warte mal Na Na Was? Er ist gebunden nahe der Klippen und lockt das Schiff in ihr Unglück Also an den Klippen Ja Welche Klippen? Bei den Zombies vorbei war der wie Ja so ein bisschen am Strand so Oh Äh Angst Ey können wir auch schwimmen? Oh das Wasser wie scheiße das aussieht Leute ich lauf unter Wasser Oh Was denn? Was ist denn da? Meine Luft Deine Luft Oh shit Hahaha Ich bin gestorben Oh nein Wo bist du? Ich dachte schon da ist ein Viech Ich bin tot Ja ich meine wo bist du jetzt? Altar der Wiederüberlebung Ja toll wenn das jetzt irgendwo am Arsch der Welt ist Ach ne oder? Warte ich geh schon mal nach Oh was ein Scheiß Ich bin wieder im Anfangsgebiet Was? Lol Warte ich komm schnell Ja Neuer Strand Warte mal ich guck mal ob das Tier ist Äh Was ist denn das? Ist ja so als ob ich durch Schlamm laufen würde im Wasser Neue Klippen Ja die sehen doch Klippenartig aus hier oder nicht? Boah ist der Pisse hier Uah voll die Grafik Bugs hier Ja Kisten die auf der Luft schweben Genauso wie äh Steine Ganze Landschaften hier Scheiße Wo ist denn der Piss? Warte mal auf mich Was? Während eines Sturms lief das Schiff auf einen Riff und schlug Leck Ja Versuckene Trauer Helft ihr Was zu seinen Was letzten Ruhe zu geleiten Geht ins grüne Tal Haben wir Ich geh hier im grünen Tal Das haben wir Richtet den Käfer Edelstein gegen Alias Geist Der am südlichen Strand umher geht Ach hier Ich hab Ey Warte Der geht Der geht nicht Na lauf mal hier so am See entlang Aber ohne zu sterben Wo bist du? Ja wo bist du? Na hier! Am See links lang Ok Wo bist du? Ach da! Komm mal Komm mal mit Ich hab hier gefunden De der der Ja die Spinne läuft Ja die Spinne hält her aus Ey die Spinne ist auch beinahe stamm dramatisch Weil die unter Wasser war Die hat Schaden bekommen lol Und da ward viel Geist ey Oh, oh, oh. Ja. Oh, oh. Was gibt's? Oh, ich schwimme wieder zu diesen Abdo, Alter. Oh. Oh. Deswegen haben die auch diese F-Funktion eingebaut. Hallo? Lauf doch mal. Ein geiles Game hier. Alter, wie langsam du bist. Ja, im Wasser. Am besten fand ich das ja mit der Luft, Alter. O2 tot. Alter, die laufen aber auch nicht schneller, gell? Ist das schlimm, das Game. Schon wieder Grafik-Bugs hier. Äh, da, da. Abdo. Ja, da ist er. Da ist er. Da will er sein. Ey, wir sind schon Level 4, Mann. Gleich Level ab. Pass auf. Jetzt häng ich hier, ähm, in der Treppe. In der Treppe, wow. Da hab ich doch gesagt, Level ab. So. Jetzt, der hat ja nix mehr für uns. Ja, ab in die Stadt. Erstmal zum Trainer. Ab geht er. Und dann machen wir mal ne Raucherpause. Bin ich auch für. Ja. Und ich will mal nochmal Kaffee aufsetzen, wahrscheinlich. Äh, da, 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 da. Lass mal laufen. Haben wir sonst nix zu tun. Oh Gott. Hier ist auch nix los, wa? Alle tot. Nein, die einzigsten Spieler. Ne, ne, da sind noch andere hier, die Geld ausgeben. Der eine hat ja hingeschrieben gehabt, um Pferd zu haben. Gib da monatlich Geld aus, oder sowas. Um Pferd zu haben. Genau. Weißt du, und das Pferd läuft wahrscheinlich 2% schneller. Was hast du? Du hast Waffen? Oder sowas? Ich hab einen Jagdbogen bekommen. Ja, Langbogen. Ja, toll. Jagdbogen. Das bringt mir eh nix. Ja, siehste. Level 8. Ich hab die verziehen, Bobby, aber ich muss nicht wieder mit dir zusammen sein. So, jetzt wissen, dass alle zu... Was? Zufrieden? Ach du Scheiße. Ach du Sche... Hier links, der Berg hat mal extreme Grafik-Bugs. Und das liegt nicht an meinem Grafik-Treiber. Weil der ist aktuell. Meine auch. Wegen Rift muss ich den aktualisieren. Wo bist du? Wer verkauft eine Mütze an wen? Was? Alle verwirrt hier. So, keine Quests mehr. Ja, das Spiel ist zu Ende. Denn wir haben keine Quests mehr. Warte mal, die hat eh ne. Hat die auch eine? Die ist doch da hinten. Was? Erstmal hier. Ja, Mann. Nee, das geht nicht. Wie? Womit? Die hat ne Quest. Nee. Die Dari da. Was bist du für ein Level? Fünf. Ich nicht. Ja, warte mal, dann lass doch noch mal einen Mob klatschen. Wie viel brauchst du noch? Ah, vielleicht einen Mob oder zwei. Kann man hier so schlecht abschätzen. Keine Prozentanzahl, nicht. Ja, da hast du auch recht. Da. Der Randl, die geht jetzt tot. Kriegst du eigentlich Experience, wenn ich den töte, müsste er eigentlich sein, gell? Und? Hast du Experience? Ganz wenig. Komm. Was? Leute, du erhältst drei Erfahrungspunkte. Hab ich doch gesagt gehabt. Das heißt, ich hab drei Erfahrungspunkte bekommen. Ja, ich hab ihn nicht. Was machst du? Ich hab noch elf. Ey, Alter. Oh, ich hab schon wieder Tab gedrückt. Und? Oh ja, komm. Ja, warte mal, ich hab hier noch was. Was ist denn scheiße hier? Komm. Ja, ich bin doch schon da. Warum läuft der immer so schwul? Was? Spinne Haare? Ja. Naja, kannst du ja selber rindflechten, wenn du willst. Ja, wahrscheinlich nicht. Oder eine Brustwarze oder sowas. Oh. Rauch noch ein Tütchen. Ich rauch dich gleich mal. Ja. Muss wahrscheinlich hier tausend Tütchen am Tag rauchen, damit du überhaupt spielen kannst. Hier, jetzt musst du haben eigentlich bei dieser... Ja. ...Dari da. Da musst du zu der gehen. Und die sagt, du sollst hier ein Fell besorgen. Ja, wir gehen jetzt erstmal... Da hinten ist noch eine Quest. Mann, warum läuft der immer so behindert? Komm mal her, hier, Spassi. Annehmen. Sprecht mit... Ach, Hall. Ey, da waren wir doch grad, oder? Ach, Hall war das nicht der Gast? Äh, Geist? Oh, dieser Kriegertyp hat schon wieder was. Was? Bei mir... Ja, ja, mein Magier auch. Verbraucht... Eine Duell-Flagge. Warte mal. Warte mal. Was hab ich da? Duell-Flagge. Du musst einen Spieler auswählen, um das Item aus... Was? Spieler, die im Kampf... Ey, geh mal aus dem Kampf. Drück mal bitte 5. Boah, ist das ein Duell, oder wie? Ne, oder? Auf geht's. Lol. Warte mal, 10 Sekunden noch, 9. Ey, mach mich mal nicht kaputt, Alter. Muss mich erst mal buffen. Ja, dann buff dich mal. Ich brauch keine Buffs. Alter, widerstehen. Boah. Alter, 0. Was geht denn ab? Ja, du Cheater, ey. Kennst mich da. Ja, aber du, Alter. Mann, jetzt zauber doch mal, du Penispump. Ja, wir haben mich denn wegfickt hier. Hallo. 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 Nicht genug Mana. Was machst du denn? Keine Ahnung, du bist irgendwie hingefallen. Hingefallen, genau. Ja, jetzt töte mich, Alter. Hast du die auch jetzt benutzt? Ne, gell? Ich hab schon wieder so'n scheiß Bug, ey. Was ist denn das? Ja, töte mich. Ja, mach mich nicht ganz kaputt hier. Ich hab verloren. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ich hab das nämlich auch. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Leute, du sollst mich doch nicht töten, Mann. Ich mach doch gar nichts. Du hast mich grad getötet. Ich hab nichts gemacht. Na klar, jetzt bin ich schon... Ich bin schon wieder am Anfang. Wegen dir. Ich muss mal relagen. Ey, wo bin ich denn? Digga. Achso. Was denn? Ich muss da runter. Warum hast du mich getötet, Gans? Keine Ahnung. Bei mir ist das hier schon wieder mit dem Moonwalk. Ey, du kannst hier, äh, die Wände runtergleiten. Ja, hab ich ja eben auch gemacht, wo ich verrückt bin. Wo bist du? So, komm her. Du Schieterschwein. Ja, ich... Ich lass meine Gruppe ein. Ey, was, wie? Geht nicht hier, oder was? Boah, ist das behindert, ey. So, nochmal. Ja, los, du musst auswählen. Mich anklicken und dann... ...doppelklick oder sowas. Ja, töte mich mal schnell, ey. Ne, wir geben einfach auf. Geht das auf? Warte mal. Ist er noch nicht. Töte mich mal. Äh, bei mir dauert es so lange. Es geht schneller, doch. Ich hab kein Mana, man. Geht schneller. Rollen. Was ist denn das überhaupt? Achso, kannst du dich jetzt bewegen? Hä? Hä? Wieso ist das hier überhaupt? Oh, meine Kleine hat schon wieder geschissen. Ja, nach dem machen wir mal kurz Pause, gell? Ja. Los, töte mich. Mach doch mal schneller. Hau mich zu Boden, oder? Ja, hier. Aber wehe, ich bin... Wehe, ich bin schon wieder denn tot. Warte gleich. Hier, jetzt. Was bringt dieser Skill überhaupt? Ja, wann ist das Duell vorbei? Ja, musst du sterben, oder wie? Jetzt machen wir noch einen Hit. Einen Hit. Ja, fertig, 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 fertig. Nicht mehr. Geh weg. Genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt bin ich wieder voll. Lol. Ja, ich geb die Quest nochmal ab, meine. Super. Ja, äh, machen wir mal einen kurzen Break, gell? Ja. Ja. So, nach einer kurzen Pause. Kaffee und Rauchen und sowas. Äh, machen wir mal weiter. Äh, warst du schon bei Magi... Äh, warst du schon bei deinem Trainer? Ja, okay. Ja, war ich. Warte mal, ich geh da auch mal kurz hin. Ich kann ja nämlich noch Punkte. So, jetzt will ich aber meinen Käfer... Oh, ich hab meinen Käferschwarm. Ich kann immer noch ein paar Punkte. Katzenartige Geschicklichkeit. Arcan-Beschleuniger. Okay. Und Mana-Brand. Ja, machen wir mal das hier. Nee, kann ich nicht investieren. Ist das hier bescheuert oder was? Warte mal. Trainieren. Plus. Okay, not. Oh, was ist das hier? Geht auch nicht. Gut. Warte mal, wo sind meine Skills? Bei K oder was? Ähm, nee. Achso, hier, hab ich schon. Machen wir das hier. Okay. Äh, nehmen wir mal... Hast du bei der hier Icarin? Ja, hab ich schon angenommen. Hast du schon? Nee, hab ich noch nicht. So. Haben wir. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Quests haben. Nö. Hier ist keiner. Der hat. Da können wir abgeben. Bei dem hier im Haus. Eisenmine. Sind wir eigentlich in der Gruppe? Ja, oder? Ja, doch. Warte mal. Und, können wir bei dem was annehmen? Nö. Äh, gehen wir mal, äh, abfallendes Tal. Wo war denn das? Aber nicht das, das war grünes Tal, gell? Ja. Also gehen wir mal hier hin. Hast du jetzt neue Attacken oder was? Eine neue Attacke hab ich. Das ist wie so ein Buff. Wow, nur für dich, gell? Hyänen müssen wir töten, gell? Falls du welche siehst. Ey, guck mal, das ist einer auf dem Pferd. Also nur eine Patrouille. Hyänen? Ich weiß, wo es Hyänen sind. Wo die Hyänen sind. Ja, die sind auch hier, glaube ich. Müssen ja gleich hier sein. Ey, oder? Na klar, muss doch. Oder hast du welche gesehen? Warte mal, Info. Ja. Mann, eine Rüstung der Wache. Ah, im grünen Tal, oder? Oh, im grünen Tal. Oh, ich hab gesagt. Dreh dich doch mal um. Wo willst du denn hin? Ja, meine Figur macht wieder was sie will, hier. F. Was? Paris Hilton verkauft Schädelhut? Ey, hier heißt jemand wirklich Paris Hilton, gell? Ah, mein Gott. Verständlich, oder? Ja. Bei dem Spiel würde ich auch heißen, wie ich will. Lauf weiter. Ich warte auf dich. Oh, danke. Mein Tank wartet. Ey, ey, kannst du da nicht irgendwas kaufen? Warte mal. Hier, lass mal. Hier, guck mal, der Bob, der verkauft doch... Geh doch rein hier. Guck mal, kannst du da nicht irgendwie eine Zweihandwaffe... Handeln. Moment. Ich verkaufe auch mal was bei denen. Handel. Verkaufen? Boah, richtig teuer hier, die Scheiße. Um einen Gegenstand zu verkaufen, zähle ich den Gegenstand aus dem Inventar hierher. So, ich hab mir jetzt irgendwas gekauft. Mal gucken. Kannst du das auch equippen? Oh, oh, oh. Super. Das ist so viel ne verfickte Axt. Ich dachte, das wär mal zweihändig. Ist ja nicht mal größer als ein Cop, alter. Boah, hier, verkaufen wir mal Zeug, oder? Ja, ich hab schon verkauft. Oh, Stab des Feuers. Ich hab nur einen Stab, Mann. Und hier, oh, Feuerschaden, plus vier. Wuhu. Und? Hast du? Moment. Ey, die Axt ist echt lächerlich, oder? Jupp. Hauptsache, ich... Schwer das besser. Loy, und warum hast du hier gekauft? Weil ich einfach gedacht hab, es wär zweihändig. Wuhu. Na komm, vielleicht filmen wir was. Scheiß drauf, verkauft. Ja. Komm, gehen wir mal hier hin töten. Ey. Oh, was hast du denn gemacht? Oh, dein Buff? Ja. Ey, 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 mein Spiel ist abgekackt. Sicher, du läufst nämlich noch weiter. Du leckst. So. Hä, du bist abfallendes Tal angekommen? Hä? Ist das nicht hier das grüne Tal? Töte ne Spinnkönigin. Komm mal hier, warte mal, oder hier oben? Ne. Hier unten. Hier unten sind die Hygien. Ja, aber... Ach, du Scheiße. Ah, die Musik. Gestein. So, gehen. Du hast einen Schatz. Komm. Was soll ich machen, Schatzi? Lied machen. Warte mal kurz. Nicht laut. Ey, ich muss mal kurz hier was anmachen. Hier, Leute. Hier, mein Schatz. Geh mal weiter damit in ne Ecke. In ne Ecke? Warte mal. Ja, ist nicht laut. Ey, das ist ein Schatz. Können wir den plündern? Ja, auf geht's. Jetzt müssen wir uns kloppen um den. Ja. Was hast du denn jetzt bekommen? Gar nichts. Was? Da war nichts drin. Und wo sind hier Hyänen? Ähm. Ja. Oh, die Musik. Ah, hier. Hyänen, Junges. Bist du da? Los, tank mit deiner Krüppelachse. Wo denn? Na da, rechts. Ah, da. Ja, widerstanden, genau. Ausgewichen. In jedem Fall. Eins von vier. Du auch? Nö. Brauchst du das überhaupt? Ja, ich hab doch die Quest. Mann, warum kann ich denn hier anvisieren? Scheißspiel. Jawoll. Ja, jetzt hab ich eigentlich ein Schatz hier. Ich hab zwei. Ey, ist mein... Die Musik schon wieder so aus. Boah, ich muss mal hier heller stellen. Ich seh nichts. Hä, leu, ich bin zum Dunklen oder was? Ne, ich hab mal die Textur-Details angemacht. Das ist überall Gras und so. Oh. Was ist das denn? Ich hab schon attackiert. Du haust ja einen Schaden rein. Zwei hab ich jetzt. Ich hab drei. Warum ist meine Musik jetzt so laut hier? Hallo? Jetzt fängt das schon wieder an. Ah, da ist eins. Boah, dreht dich um. Ey, warte mal. Ich mach mal Kampfmusik aus. Läuft immer noch. Ne, jetzt ist er aus. Drei von vier. Oh, einen noch. Wo ist er? Das ist ein winziger Altkäfer. Warum kann ich nicht das nächste Ziel attackieren? Ey, da hinten. Warte mal, ich mach erstmal Insektenschwarm. Uuah. Loll, bring... Boah. Ja, haben wir. Sind wir gut, Mann. Geht in Richtung... Also, tötet eine Spinnkönigin. Wo ist denn die? In den Ruinen eines kleinen Tempels dort draußen im Westen. Aha. Also, hier muss eine Ruine sein. Oder nicht? Nö. Oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Ah, ich weiß wo. Oh, was? Wo bist du überhaupt? Da. Komm mit. Ich glaube, wir müssen so weit laufen. Was? Ja. Die Musik, ey. Uuuuuh. Bei mir ist nur ein Vogelgezetscher. Vögeln, Alter. So, F-Taste. Gehen Richtung Eisernermine, okay? Ja, da können wir ja gleich wieder die Quests abgeben, gell? Mit den... In jeden Fall. Oh Mann, ey. Wer spielt denn so ein Game bis zum Endlevel? Ich kann es echt nicht verstehen. Ja, aber nicht. Warte mal, gehen Richtung abfallendes Tal. Hier waren wir doch eben, gell? Ja. Guck mal. Mal gucken. Ey, hier ist doch nichts. Ey, aber hier kam das doch eben. Ja. Wo ist denn das da oben? Was? Da. Es kann sein. Ey, das ist ein Friedhof, da können wir uns beinen lassen, glaube ich, oder? Abfallendes Tal. Ne, das ist hier so eine Arena. Was? Wo? Kam gerade hier. Mann, was ist denn nicht für eine verfickte Scheiße? Was soll denn denn nicht sein? Komm mit. Naja, gehen wir mal weiter. Na, Arena lustig fällt da drin, ey. Endlevel. Lass mal erst die Endquests hier abgeben. Bei der hier. Wow. Gibt Rüstung der Wache an Musa. Was? Wo ist der? Ne, Musa. all dieح folklore und